Hi Leute, willkommen bei BK Investiert. Heute geht es mal um HomeBlockCoin und zwar um die Wallet und komplett eigentlich rund um die Wallet, weil es ja heute online gekommen ist und wir schauen uns das Ganze mal im Detail an. Bis gleich. So, jetzt geht es auch schon los. Wir sind hier auf der Seite, klicken einfach mal oben auf Wallets und dann scrollen wir auch schon automatisch runter hier. Sieht man den Punkt Wallet, hier haben wir auch die ganzen Plattformen. Generell muss ich sagen, also ich persönlich lege immer sehr viel Wert auf Sicherheit. Da ich auch bei mir hier am PC arbeite, muss ich hier natürlich erstmal checken, was ist das überhaupt? Ihr seht schon unten links, ne, ihr seht ihr aktuell nicht, aber ich sehe es. Wenn man hier drauf geht, sieht man ja schon den Link, das heißt es ist eine ZIP-Datei. Da gehe ich jetzt mal mit Rechtsklick drauf und Adresse kopieren. Dann habe ich eigentlich einen ganz coolen Online-Scanner und zwar der Virus Total. Den nutze ich immer sehr gerne. Hier kann man nämlich auch URLs reinhauen und Dateien quasi extern checken lassen, ohne sie überhaupt auf meinem eigenen PC zu haben. Das ist eigentlich ganz cool. Der Link selber ist komplett frei, so wie es ausschaut. Also hier ist nichts gefunden worden, außer eine Seite, die hat sich wohl anscheinend abgemeldet. Aber das ist auch nicht so schlimm. Jetzt schauen wir uns mal die Datei selber an. Okay, also hier ist quasi ein Pfund, aber ja, ich sage mal ein Pfund von allen Hirnscanner, die es hier gibt. Also klar, Risiko muss jedem bewusst sein, was er hier runterlädt, kann auch schädlich sein. Ich wäre hier generell immer vorsichtig. Ich persönlich habe sowieso Backups komplett. Ich habe Backup-Platten mehrere. Also bei mir ist es jetzt nicht so schlimm, wenn bei mir jetzt ein Virus drauf ist, überspiele ich es halt mit der Version von gestern. Gut, dann gehen wir eigentlich weiter. Ich habe jetzt hier das Ganze mal gescannt. Das ist jetzt quasi eine Homepage, da geht es um Homeblog-Coin-Tools. Im Prinzip kann man sich die Seite aufmachen, indem man einfach ganz normal die Homeblog-Coin-Seite aufruft und dann eben zwischen Homeblog-Coin und Punkt einfach nochmal Pool einfügt. Aber das kann ich euch auch nochmal unten in der Beschreibung verlinken. Dann könnt ihr es auch direkt dann als One-Click benutzen und dann geht es auch auf. Hier findet ihr ein paar Infos zu den ganzen Coins an sich. Hier geht es auch generell nochmal, klar, die Infos haben wir eigentlich schon, aber hier stehen sie einfach nochmal. Spezifikation, Mining und Profit. Also hier Profit in dem Sinne, was Staking betrifft. Das sind die generellen Informationen, was den Coin angeht. Klar, Mining hier nochmal ein paar grobe Informationen. Und für das Staking hier eben die Profite, die da angedacht sind. Gut. Dann haben wir hier den Chain Explorer, der kommt auch noch. Die haben ja noch ein bisschen was vor. Exchange ist auch schon vorgesehen. Die haben ja auch schon Seiten quasi, also externe Exchanges, wo der Ganze gelistet sein wird. Also Jobit ist auch relativ groß schon. Und ja, es gibt ja schon ähnliche Projekte. Ich denke, wer da ein bisschen affin ist in dem ganzen Thema, der weiß, dass diese ganzen Projekte auch an solchen Börsen hier ganz am Anfang immer gelistet werden. Also von daher gehe ich mal ganz schwer davon aus und hoffe natürlich, dass das Ganze hier auch funktioniert. Und hier die Exchange, die externen, ganz normal eingebunden werden und wir dann dort auch handeln können damit. Okay. Hier unten haben wir nochmal die Wallets. Ist der gleiche Link. Könnte man nochmal runterladen im Prinzip. Ja. Tut sich aber kein Zwang an. Wir schauen jetzt einfach mal auf den PC und ihr kommt einfach mal mit rüber zu mir. So, und hier sind wir auch schon. Vorweg, bei mir hat Avira zum Beispiel, ich habe den Avira Virenscanner. Der hat hier angeschlagen, eindeutig. Ist aber anscheinend üblich bei so Clients. Also ich habe das schon ein paar Mal jetzt gelesen, auch im Internet. Ich weiß natürlich nicht, ich kann auch nicht programmieren. Ich habe jetzt da nicht so die Ahnung davon. Aber anscheinend ist es wohl ein üblicher Virus. Oder übliche Virenmeldung oder Erkennungsmeldung eines Viruses oder eines angeblichen Trojaners oder was auch immer. Was gerade eben bei so Wallet-Clients wohl üblich ist. Ich habe auch ein bisschen Netz gelesen, dass es wohl üblich ist, dass eben dort dieser Fehler kommt. Und wenn man es aber über diesen Virus Total, wo ich drin war, eben scannen lässt und dort nichts kommt, ist es einfach ein Fehlalarm. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich will niemandem sagen, dass das jetzt safe ist. Ich habe es runtergeladen. Ich habe es auf dem PC, weil bei mir läuft es und ich habe auch kein Problem. Ich will jetzt da nicht schlecht reden oder so, aber man muss halt einfach immer vorsichtig sein. Ist ganz klar. Man muss einfach da ganz klar Vorsicht walten lassen. Das ist auch ganz wichtig. Okay. Was ich gesehen habe, hier unten war ein kleiner Fenster, so ein Pop-Up. Das hat jetzt eine ganze Weile gedauert. Ich glaube ungefähr so zwei Minuten, bis der Haken gekommen ist. Jetzt ist der Haken gekommen. Jetzt ist auch hier synchronisiert. Vorhin war ja noch No-Sync, also dass es halt noch nicht synchronisiert ist mit dem Server. Jetzt ist es wohl synchronisiert. Ich habe hier noch nichts angeschaut, groß eigentlich. Deswegen, das mache ich mit euch zusammen. Ich habe jetzt hier aber auch noch nichts gefunden, womit man jetzt meinen könnte, der Transfer auf der Homepage ist auch noch nicht freigeschalten. Da können wir nachher noch mal kurz reinschauen, weil ich habe ja auch vielleicht noch, könnt ihr mal ein Update ungefähr anschauen, was ich momentan jetzt gemacht habe bei mir auf dem Backoffice. Schauen wir uns nachher noch mal an. Also hier ist die generelle Übersicht. Klar, brauche ich euch nicht groß erklären. Steht ja auch groß dort. Hier Send Coins. Also hier kann man jetzt quasi den Empfängeradresse einfügen von HomeBlockcoin. Die Bezeichnung und den Betrag der HomeBlockcoins. Das hier, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist wahrscheinlich einfach zu einem Empfang. Das ist einfach eine Empfangsadresse, die man hier angeben könnte. Eine habe ich jetzt hier schon drin. Eine Empfangsadresse könnte ich wahrscheinlich umbenennen. Keine Ahnung. In Test zum Beispiel. Jetzt habe ich eine Testadresse. Ja, also viel kann man hier nicht machen. Klar, Transaktionen habe ich noch keine. Ich habe noch keine HomeBlockcoins versendet. Adressbuch gibt es hier und eben den Export. Export inwiefern? Gute Frage. Ich weiß es nicht genau. Aber das wird sich früher oder später dann wahrscheinlich auch zeigen lassen. Ich denke, dass es ja einfach darum geht, dass man die Infos, die in den jeweiligen Tab hier angezeigt werden, dass man die eben exportieren kann. Also wenn jetzt hier eine Liste ist von Adressen oder hier eine Liste ist eben, dass man diese exportiert, kann man jetzt anscheinend nichts exportieren. Aber diese, diese und diese, also die drei, kann man hier nochmal separat exportieren. Die Möglichkeit besteht, jetzt schauen wir nochmal hier oben durch Datei, Wallet sichern, kann man hier machen, eine Nachricht signieren, Nachricht verifizieren. Diese Sachen, die schauen wir uns dann nochmal an, wenn auch das Ganze dann live ist. Das muss ich dann vielleicht nochmal testen mit jemand anderem. Wallet verschlüsseln, klar. Und konfigurieren. Hier in der Konfigurationsansicht, das seht ihr jetzt leider gerade nicht, aber da gibt es nicht viel zum Einstellen. Da geht es einmal um die Nullstellen nach dem Komma. Das ist quasi der allgemeine Tab. Dann geht es noch einen Tab Netzwerk. Dort ist auch eine Portweiterleitung via OPNP. Das lasse ich auch mal ganz normal drin. Dann gibt es noch das Programmfenster, wie sich das verhalten soll beim Minimieren. Also das ist auch eigentlich was ganz Allgemeines, nichts Wichtiges. Und dann gibt es hier noch Anzeige. Hier kann man noch die Benutzeroberfläche, die Sprachen einstellen. Da gibt es jetzt einige Sprachen, auch Deutsch zum Beispiel. Einheiten, klar, HBC. Dann gibt es noch ein Millionstel HBC. Also halt so allgemeine Einstellungen, die man ja einfach kennt von der normalen Wallet. Aber Mining habe ich hier noch nichts gefunden. Deswegen ist das Video eigentlich auch relativ, ja, nur dass ich euch mal gezeigt habe, dass es funktioniert, dass es da ist. Und dass es zumindest vermeintlich nach dem, was ich jetzt so herausgefunden habe, auch sauber ist. Und ja, wir einfach hier ganz klar warten müssen, bis der Transfer funktioniert. Und bis hier wir eine Mining-Option haben. Und das schauen wir jetzt auch noch mal kurz auf der Homepage. Da ist nämlich der Transfer noch nicht freigeschalten. Wir schauen mal kurz rüber. Ich muss mal schauen, ob ich das hier schon offen habe. Ja, genau. So, schauen wir direkt mal rüber. Also, hier wäre dann quasi einmal die Homeblock-Coin-Wallet. Und hier wäre Deposit und Rift-Traw. Also hier wären die beiden Funktionen. Die sind noch nicht freigeschalten aktuell. Von daher abwarten und Tee trinken. Da haben wir leider keine andere Möglichkeit. Aber wir haben schon mal die Wallet. Ist doch schon mal was. Ist doch super. Was ich jetzt gemacht habe, selber aktives Investment. Ich bin jetzt bei 10.100 Dollar Investment. Also ich habe jetzt noch mal eine ganze ordentliche Summe reingeklatscht. Habe auch schon über insgesamt 10% Rendite erhalten. Also schon 1091 Dollar. Also über 10% insgesamt. Und ja, Coins. Ich habe jetzt während der ganzen Zeit hier über den Punkt Transfer auch mit den Renditen wieder Coins gekauft. Und ja, die haben sich hier natürlich dann mit der Zeit auch angesammelt. Sind jetzt 1.812 Stück. Sind auch klar ein Teil Provision mit dabei. Die ich auch hier wieder reinvestiert habe. Von daher ist es so ein bisschen Mischmasch. Aber ich dachte, ich nehme mal 2.000, 5.000 damit. Im Pre-Landing noch. Und ja, ich denke, das lohnt sich ganz gut. Weil ich habe ja jetzt schon 10%. Also wenn das jetzt noch mal so lange läuft wie bisher. Was ja jetzt nicht all so lange war. Habe ich dann bei 20% und habe schon ein Viertel wieder zurück. Und kann das auch gleich wieder in Homeblock-Coins umtauschen. Und da warten wir eigentlich bloß noch drauf, bis wir hier was rausschicken können. An die Wallet schicken. Und dann können wir es zumindest schon mal staken. Und ja, mit dem Mining. Wenn wir dann mal schauen, was da kommt. Aktuell wirklich nur die Software. Der Wallet vorhanden. Funktioniert. Synchronisiert. Soweit einfach und schlicht gehalten. So wie man es kennt von anderen Wallets. Elektrum zum Beispiel, wer das kennt. Und ja, bis jetzt aktuell nichts anderes aktuell möglich. Aber hier, diese Funktion muss noch freigeschalten werden. Ich habe vorhin gelesen im Forum bei Bitcoin Talk, dass es die nächsten Tage freigeschalten werden soll. Da mache ich dann auf jeden Fall noch mal ein Video dazu. Das war es erstmal, auch wenn es jetzt nicht unbedingt der Hammer war. Aber es war zumindest mal wieder ein Meilenstein. Also Leute, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.